Hallo zusammen, ich besuche euch. Ja, heute zeige ich euch, wie sie in HTML einfach eine Liste so erstellen können. Und zwar, diesmal geht es einfach um eine numerierte Liste, also eine Liste mit Nummer. Und wir haben einfach kleine und große Buchstaben, zum Beispiel romische Zahlen, auch werde ich euch zeigen. Also wir beginnen einfach mit romischen Zeilen, also mit kleinen romischen Zeilen. Wenn wir eine Liste, einfach eine numerierte Liste haben wollen, dann müssen wir einfach mit OL anfangen und mit OL auch enden. Also und von daher, da zwischen haben wir unsere Listen und hier können sie einfach sagen, okay, wir wollen zum Beispiel solche romische Zahlen einfach definieren. Und von daher, deswegen sollten sie einfach diesen Chip einfach angeben und dann zwischen geben sie einfach diese kleine i. Und hier auf der rechten Seite, können sie schon das eigentlich sehen. Also auf der Liste haben sie zum Beispiel i, 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 also so. Und wenn sie jetzt mit großer i schreiben wollen, dann löschen sie einfach die hier und schreiben sie einfach mit großer i. Und dann wird es einfach anders. Also sie sehen hier, wie im Moment dann haben sie große i. Und von daher können sie einfach die Sachen so numerieren, wie sie wollen. Und wenn sie zum Beispiel mit Buchstaben anfangen, ja, numerieren wollen, dann sollten sie einfach zum Beispiel kleine a, s mal schreiben. Und dann wird es einfach a, b, c. Und dann sehen sie einfach, wenn sie mit großen a schreiben, große Buchstaben anfangen, schreiben wollen, dann machen sie einfach s. Und es wird einfach hier geändert und sie sehen schon das Ergebnis. Also sie können einfach nur hier bei Tab alles, Type alles ändern und von daher, wenn sie mit 1, 2, 3 anfangen wollen, dann schreiben sie einfach 1, 3 und dann wird es auch geändert. Und von daher sehen sie das Ergebnis auch hier. Und von daher hierzu können sie einfach die Sache ändern, wie sie wollen mit 1, 2, 3. Oder mit Buchstaben können sie auch, kleine und große Buchstaben, können sie auch, große haben wir auch schon gemacht. Und dann sehen sie auch römische Zeichen, haben sie auch kleine, s mal, und danach machen wir eben große, römische Zeichen. Also so gehen sie einfach die Sache ganz ruhig und ganz einfach, einfach die Liste beenden, wie sie wollen. Also ich freue mich auch, dass ihr Video durchgeteilt war.